Es geht um ein Paar, um Ava und Danilo, die sich schon an ihrer Kindheit kennengelernt haben und dann begleiten wir die über 20, 25 Jahre. Die heiraten irgendwann und haben auch Kinder und diese Geschichte dieser Beziehung, ich habe das ja Eheroman genannt, weil die dann auch irgendwann heiraten, ist halt auch das Thema des Romans. Wahrscheinlich aus persönlichen Gründen, weil ich habe selber Beziehungen, gescheiterte Beziehungen hinter mir und das war so mein Anliegen zu erzählen, wie läuft das ab, wenn man sich eigentlich liebt, aber dann funktioniert das eben doch nicht. Was sind das für Mechanismen, was sind die Gründe, kann man die genau benennen? Heiraten, ich meine, im Grunde ist es ja fast egal, ob man heiratet. Es geht ja eher darum, dass man sich auf eine sehr enge Beziehung einlässt, also zusammenzieht, zusammen, meinetwegen wie in dem Fall eine Familie gründet, zusammenwirtschaftet, sich unterstützt. Also dieses sehr enge Zusammensein, ein, ob man dann heiratet oder nicht, das ist ja fast nur noch so eine pro forma Sache und eine zusätzliche finanzielle Verpflichtung natürlich. Ich für mich, ich glaube, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, aber man soll nie, nie sagen, ich war schon zweimal verheiratet. Also das war's. Untertitelung des ZDF, 2020